Hallo alle zusammen, ich lade euch an, jeden Morgen mit mir durch das Herz gehen. Ich weiß wie das ist, man steht morgen früh auf, man hat viele Gedanken, man guckt aus dem Fenster und es ist trüb, es regnet, man hat schlechte Laune. Für 5 Minuten hören Sie mich zu, schließen Sie einfach Ihre Augen und stellen Sie vor, Sie sind einfach im Kehleslicht. Ziehen Sie einfach auf sich gleich von der Kehleslicht an, von dem Glück. Und alles schaffen Sie gut und rechtzeitig. Schicken Sie diese helles Licht auf Ihre Arbeitsplätze, zu Ihrem Chef, zu den Leuten, was sie mögen und wo sie einfach wohl sich fühlen. Und wo sie irgendwelche Sachen erledigen sollen, damit es die Sachen einfach leicht ihnen fallen und erledigen sind. Und jetzt bitte einfach tief einatmen und tief ausatmen. Haben Sie bessere Laune? Lächeln Sie, dann ist es wunderbar. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Vielen Dank.